ich kann das haus dazu lassen oder ist klar nicht so halbfertig ja klar eine bau ruine die baustellen verzögern sich um sechs monate weil eine schraube fehlt kann das dach nicht fertigstellen die schraube braucht sechs monate um zu produzieren weil das eine ware ist die nicht so oft gebraucht wird lavacop deswegen dauert das weiter lavacop tut mir das echt leid ja ja so papa 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 Das hier ist die Schaufel kaputt. Boah, wie tief geht denn das hier runter mit Sand? Ja, da hinten bist du am Schaufeln. Hm. Ah, hab ich fast runtergefahren. Hä? Geht voll tief runter mit dem Schaufeln. Mit Sand. Wir haben irgendwie hier eine unterirdische Sandmine. Zwei. Wie hab ich denn? Fast. Also, drei Stacks hab ich schon. Du, 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 du. Scheiß, Carpenter, Blöcke. Könnte ja nicht einfach funktionieren. Nein. Das merk ich, dass sie nicht funktionieren wollen. Da war der Gravel unter. Ja. Ja. Ja, geil. Jetzt beginnt da wieder Sand. Und du, 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 du. Mach ich dir eine unterirdische Sandmine aber extrem. Das ist super. Was bitte schon für ein Biom. Hm. Das müsste ja doch stehen, ne? Ja. Hm. Prärie, Sand da eben, wenn ich das richtig gesehen hab. Prärie. Hallo, wie viel Sand ist hier denn bitte schön? Ah, da wissen wir, wo wir Sand hier bekommen. Brauchen wir also nicht wirklich weit laufen. Ne, das stimmt. M ist ein Buchstaben im Alphabet. Ja, ja, aber nicht. Eigentlich kann ich ja... Was ist nicht anstrengend, ständig hier die Carpenter zu drehen? Nein. Weil die ja nicht meinen, was an sich denn zu setzen müssen. Machen wir das dicht. Was, du bist dicht? Du bist dicht. Dein Kopf ist dicht. Deine andere Seite muss ich auch noch machen. Ne, ich guck gerade... Oh, ich brauch noch mehr Carpenter Blöcke. Ich muss die andere Seite auch noch mit dem Dach machen, ne? Ach nicht. Wäre ja sinnvoll, nicht nur die eine Seite. Eigentlich ist das logisch, ja. Ja. Eigentlich. Ja. Nur flashlockig wollte das gerade nicht irgendwie wahrhaben. Nein. Glaub ich dir. Du mobst mich. Mach gar nix. Nein. Nein, ich mach nix. Mach nie was. Ja, genau. Du machst nie was. Haha. Mob dich nie, ne. Ja, du machst auch nie was. Richtig. Aber nicht. Du alter Kotkop. Hallo, ich hab gesagt so drehen. Okay. Soll ich hier noch mucken gehen? So. Das noch. Hast du Erdblöcke? Erdblöcke, die ich ihm verwenden kann? Guck doch in die Kiste rein. Guck doch in die Kiste rein. Guck doch in die Kiste rein, sag. Guck doch in die Kiste rein. Da sind welche drin? Sag doch einfach so immer in die Kiste reingucken. Ja. Aber bin ich ein Kistenschnüffler oder was? Klar. Ein Kistenbimbo bist du. Hast du nicht gesagt. Hm? Das hast du gerade nicht gesagt. Nein, hab ich nicht. Kistenbimbo. So. Sagen hier. Ja, war voll. Oh, die Sonne blendet. Hilfe. Oh. Hä, hab ich die jetzt alle verändert? Ne, ich glaub standard haben. Ah, ich hab kein Schizzle mehr stimmt. Kein Schizzle manizzle. Ne. Was sieht denn besser aus? Ne, das ist scheinbar mäßiger. Was sieht schon, dass sie gleich irgendwas spawnt. Brrrrrr. Einmal Kappen der Block und ein Eisen. Was dementsprechend dunkel hier drin wird. Dunkel wie? Ja. In deiner Arschritze. Hast du gesagt. Ferkel. Was ist denn da vorne hier? So. Das. Hier noch. Guck mal, ich kann ja noch für eine Wandfarbe nehmen. Ah, Spitzsacke kaputt. Oh, was soll das? Geht schon wieder dunkel. Ich weiß. Du weißt? Ja. Mit weißt du denn noch? Ne. Dass du behindert bist. Ach so, ja okay. So richtig behindert. Habe ich noch Fackeln? Habe ich noch Fackeln? Jawoll, habe ich noch. Erstmal hier so ein paar Fackeln hier sitzen. Erstmal. Ja, Sigi. Erstmal kleine Fackeln. Muss ja nicht so hart wie tun in deinem Gesicht, weil ich dir eine Fackel. Ahhhh. Kennst du Carsten? Die Flasche ist so richtig behindert. Kennst du Carsten? Carsten Bier. Ja, du bist nicht behindert. Ja. Geht gar nicht. Du bist gerade krass, Leute. Du kannst nicht schlafen. Ja manche, das sieht aber echt geil aus. Guck mal. Guck mal, wie geil das aussieht. Von dir, wenn das Licht da ist. Blup 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 blup. Ich weiß ja nicht, was du für'n Shader hat, ob das gut aussieht. Aber wie sieht's gut aus? Tididin. Ich habe erstmal den Leiter reingemacht. Ach was, du bist breit. Oder... Aua. Du bist so geisteskrank. Und aus den Gründen spielst du mit mir. Kann sein, ja. Das kann sein. Das ist so. Kann sein. Das ist so. So, jetzt brauche ich noch Dört. Jetzt brauche ich die gute alte Dörte, wenn wir genug Dört haben. Dörte? Ja, ein Zweig. Ich nehme erstmal noch zwei Sticks. Die Dörte Dörte. Du bist ne Dörte? Ja man, ich esse gerne Dörte. Du bist ne Dörte. Du weißt, was ne Dörte ist, ne? Nö. Endshaft nicht, du weißt nicht, was ne Dörte ist? Döner-Torte. Dörte. Ah. Du bist ein Nichtschecker. Und du bist behindert. Ich weiß. Ein Zweig ist auch nicht erreicht. Ich hab ne Schaufel. Ich hab ne Schaufel. Ich hab ne Schaufel. Was kreucht und fleucht nach dem Essen. Dörte ist es. Dörte ist es. Du hast es vergessen. Ich wollte nicht gerade rülpsen, aber ist er weggegangen. Oh. Dörte ist es. Oh. 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 Look. Der mockt mich nur durchgehend. Ich... Na ich mach gar nix. Nein. Er ist ne Lügner. Ihr hört doch gar nix. Nö. Nee. Ist das noch? Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Ja ja, alles klar. Ja okay. Ich hab einfach so einen Knall. Ih dahinten Chaoes Jungs. Ja du hast ne Schaufel. Ab und zu... ja immer doch immer noch richtigen marmel schuss das war mir schuss das ist ein marmel schuss deine marmel haben ok du verwirrst mich weiß wird auch dazu was machen wir jetzt eigentlich für chests machen wir jetzt die storage dinge ja ja das storage kästen welche denn welchen sollte machen die 32 stecks die achter stecks nehmen müssen die zweite machen wir groß oder klein wenn wir können die entweder mit vier fächern machen ja dann kann zwei ja wenn kann auch mit ihm einfach machen ja aber ich glaube das sieht besser aus wenn du zwei machst ja dann machen wir nur zwei fächer was muss ich da oder müssen 16 stück passende ja bei dem anderen passen 32 1 deswegen ja kannst du aber aufgraden ja dann machen wir 16 weil die anderen finde ich ein bisschen klein finde ich die sind scheiße ausfindig welche die vier vier röder er die will ich auch nicht die zwei erreichen die zweier großen das erste seite glas upgraden ja was haben könnte ja nun template ja ja stau ist eine ahnung wir wollen das deutsche upgrade auf jeden fall oder das anzeigt wie viel drin ist zahlen das wäre am besten muss man nicht mehr drüber gehen und dann brauchen wir emorates massenweise oder diamanten wir brauchen die templates brauchen wir sowieso schon wir brauchen ja auch den controller controller der das alles einsortiert dann von alleine was macht denn der controller slave eigentlich i don't know ich habe noch nicht damit richtig gearbeitet compacting drawer gibt es ja auch 16 sticks per drawer was auch immer äpfel reife äpfel controller service i don't know ich bin ein sklave sozusagen er muss den dinger gebaut werden mit dem können wir bis zu 16 sehen compacting drawer damit können wir bis zu 16 bestellen keine ahnung wird ja wahrscheinlich sein wenn ein sortierer gibt es auf dem besteller gehen wahrscheinlich leicht wenn wir sehen aber auf jeden fall brauchen jetzt mit diamanten eine controller zu bauen das stimmt das stimmt habe ich ja so ähm kann wir noch fertig bauen zäune das ist ja schon fast warum heute hast du es in die hand genommen carpenter 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 so wie noch sticks normales holz ja das ist ja auch der rest dann bin ich hiermit schon mal fertig das kannst du noch rauskleiden dann kann ich wegschubben das ist doch eigentlich ähm shit so dann hälfte davon machen wir hier einfach ein paar Aud� auf 1 hatte ich nur über rechts ich habe die datei aus aufgerufen habe ich gesehen Packers anfing Antwortdatei rausgeschnitten Andere Musik eingefügt Neugierer in der Druck geladen, fertig Ja, warum nicht, ne? Das ist halt das Schöne, wenn man das separat mit aufnimmt Warum nicht dann? Ja, das ist halt das Gute, wenn man separat mit aufnimmt Frage So So Ich hab keine Kacke Du bist Kacke Ich hab keine Kappentablocke mehr gehabt Okay Und übrigens, normalerweise brauchen wir gar kein Wasser für die Komposterfäder Ne, aber, mein Gott Aber das sieht besser aus, wenn ich Ja, kann sein So War jetzt eigentlich der ganze Weg mit den Karpenterblöcken ausgefüllt? Ja Also du bist schon dabei, okay Ne, ich mach jetzt alles mit Gravel Ja, aber ich dachte, da wäre noch keine Karpenter, aber ich hatte jetzt noch welche Ne, ich war ja schon fast fertig Das muss halt alles mit Gravel ausgefüllt werden noch Ne, passt ja dann Passt ja dann, ne, scheiße Ups, zwischendurch doppelt gesetzt So Kann man jetzt so diese Items eigentlich auf den Tisch packen oder so? Ne, ne Oh, scheiße Welche Items? Ah, ich dachte jetzt hier, dass man hier diese Den Juicer und sowas auf den Tisch packen kann, aber ich mein, das geht Ja, ne, aber die kannst du halt ins Regal stellen Äh Regale kann man ja bauen Ja, Shelter Aber andere Sachen Auch schon So wie so ein Brett und so, die können wir auf Sachen, auf Sachen drauflegen dann Äh, das ist ja Wolltest du mal Holz dafür Ups, schon wieder So So, ich will jetzt den Shelter Okay Hey, das nervt Watch Watch Wenn du einmal doppelt klickst Und dann nochmal doppelt was reinsteckst In die Datei In die Steckst du was doppelt rein? Äh In die Carpenter doppelt rein Ja, ja, genau Dass du voll die Erhöhung dadurch hast Okay, willst du dauern ganz schön lange, dass die wachsen, ne? Ah, guck mal, Wassermüll, aber Melone schon Ja, kann man auch Ich muss die generell jetzt mal auseinandernehmen und weiter die Felder mitsetzen Chisel Chisel, 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 Chisel Dipp, 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 Dipp War schon Da, den baue ich den normalen Chisel Okay, ich brauche einen Stick und ein Eisen Hm Und es wird schon wieder dunkel Was? Ein Stick und ein Eisen Es wird immer zu schnell dunkel Ach, du liegst bestimmt schon, ne? Hä? Ne Unser kleiner Farmer da hinten Mm-hmm Weeey Oop Untertitelung des ZDF für funk, 2017